Ja, da würde ich sagen, geht's jetzt weiter. Also kaufen wir erstmal ein paar Betäubungsbolzen. So, ja mit den ganzen Betas ist ja sowieso generell Trend, denn das gab's ja früher gar nicht so Betas, dass man bei so vielen Betas mitmachen konnte. Aber finde ich ganz gut, so kann man Spiele schon mal vorab so ein bisschen antesten. Da liefen welche. Können wir sich über das Dach schleichen irgendwie? Warum spielst du die letzte Zeit so viel Farming Simulator? Weil es relativ viel Spaß macht, vor allen Dingen im Multiplayer. Kommt da ein Let's Play? Nein, nein. Kommt nicht, aber ich bin am überlegen, ob ich eins mache davon. Lass uns einfach überraschen. So. Jetzt versuche ich mal irgendwie an diesem vorbeizukommen hier. Was? Ich bin jetzt erschrocken. Ach, da hinten ist auch noch einer. Mhm. Puh. Die sehen uns jetzt nicht, ne, oder? Boah, das war knapp. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das war echt knapp. Kommen wir da irgendwie durch? Ungesehen vor allen Dingen. Mal schauen, wo die anderen beiden jetzt sind. Da sind da die anderen beiden kommen gerade. Äh. Okay. Drehen die sich jetzt um? Sehr schön. Verdammt. Verdammt. Jetzt haut der ab. Shit. Sag mir doch noch mal, was du tust, wenn Slackjaw und die Jungs von der Bottleskriebe... ...uah, uah, 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 uah. Uah, uah, uah. Hu, 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 ha! Hu, ha! Ciao! Uah! Was ist das denn? Ach, Weiner sind das, ne? Verdammt, scheiße. Können wir die irgendwie umgehen da oben, die Lichtwand? Ich würde gerne die Lichtwand umgehen, etwas. Schön schlafen, Le... Huch! Was war das denn? Wo ist aber das denn gewesen? Können wir hier vielleicht lang gehen? Ah, guck mal, einladen, die sind an der Gasse. Durch die Gasse, durch die Gasse. Du musst nirgendwo landen. Nichts zu danken. Sie haben mich gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Gar nicht. Ich habe nichts. Uns fällt uns schon was ein. Moment, nehmen Sie dies. Das ist der Hintertürschlüssel zu Buntings Haus. Dem Konzent an der Hauptstraße. Oh, supi. Ich habe für ihn gearbeitet. Vor der Seuche. Das ist aber nett. Dankeschön. Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort. Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ah, guck mal einander. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Das ist aber höflich. Dankeschön. Ich danke Ihnen, Fremder. Nicht zu danken. So, dann schauen wir mal. Also, mhm, mhm. Da haben wir noch Münzen. Der hat nichts mehr bei sich. Ist auch geil. Das Licht funktioniert immer noch, obwohl das einfach abgestellt ist. Hey, hey, hey. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir hier sind. Wir sind, glaube ich, jetzt hinter der Lichtwand. Ja. Wir sind auf jeden Fall hinter der Lichtwand. Möchte ich doch gerne das mit der Zeit mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gewesen ist. Ah, da oben ist auch noch so ein Turm. Verdammt. Da ist doch die letzte Scheiße. Da ist der Hoteleingang. Erstmal Zeit verlangsam. Bürger von Dunwall. Der Lord Regent hat eine strikte Wahlölrationierung. in diesem Bezirk angeordnet. Wer sich dem widersetzt, wird er... Huh, 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 huh. Boah, das war knapp. Alter Schwede. Boah, das war... Aber die Zeit verbraucht aber ganz schön viel Mana, muss ich sagen. Schade, dass ich die Tür nicht abschließen kann. So, jetzt kann ich die... Das Dings wieder auswählen. Knochenartefakt ist hier. Sehr schön. Und im Keller anscheinend auch noch eins. So. Flexi hilft doch immer eine Dame in Not. Ja, natürlich. Natürlich. Ich höre das Knochenartefakt, aber ich sehe es nicht. Ist es hier drin? Nein, ne? Ach, es liegt direkt vor meinen Füßen. Naja. So. Jetzt schauen wir mal. Ich hoffe doch nicht, dass die da reinkommen. Aua. Aua. Aua, ihr Scheiß. Scheiß Ratten. Heiß Ratten. Heiß Ratten. Heiß Ratten. Survival. 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 Entschuldigung. Hallo Kronk. So. Ach. So. La 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 la. So, hier kommen wir auf jeden Fall auch zum Golden Cat, haben wir ja gesagt, bekommen. Zum Bordell. Da will ich ganz schnell hin. So. Zur Golden Cat gehen. Im Hotel bleiben? Ne, wir gehen zum Golden Cat natürlich. Uh. Welch ein Bild. Hallo, Lady. Na, wie geht's denn so? Ja, willkommen zu Let's Play Live von allen neuen Zuschauern, jeden Freitag, Samstag, ab 20 Uhr. Der ist gerade live und könnte zuschauen, der Gronkh. Ja. Hallo, lieber Gronkh. Hallo. Huch. Spiele auf deiner eigene Art verschiedene Optionen. Die Umgebung, die durch, äh, durch die du dich gleich bewegst, hält verschiedene Wege bereit. die unterschiedliche Randgehenweisen an deine Mission ermöglichen. Halte Ausschau nach Vorsprüngen, Ratentunneln, Wasserpassagen und Verstecken. Okay. Das bleibt uns also jetzt überlassen. Dann schauen wir mal. La, 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 la. So. Golden Cat. Ah, ja. Kunsthändler. Wenn wir erst mal zum Kunsthändler gehen. Schauen wir erst mal, was uns am Kunsthändler erwartet. Das sieht schon sehr geil aus. So, wo war der jetzt? Da war der, ne? Da sehe ich schon zwei Wachen. So, da unten stehen auch noch Wachen. Da unten ist auch noch schwer was los. So, mal gucken. Wir können ja verschiedene Herangehensweisen nutzen, ne? Haben wir ja gesagt bekommen. Wir müssen ja nicht unbedingt den direkten Weg gehen. Wir könnten auch schwimmen. Aber dazu müsste ich die Fähigkeit... Ich schaue mal eben in den... Ob wir Kräfte... Können wir, glaube ich, nicht, ne? Ne, Beherrschung haben wir leider nicht dafür. Da fehlen uns noch zwei Runen. Dann könnten wir... Auch einen Fisch, ähm... Beherrschen. Was soll ich jetzt machen? Ich frage mich gerade, ob wir... Da ist auf jeden Fall ne Rune drin. Da werden wir jetzt erstmal hingehen. Da oben ist auch ne Rune. Also... Gehen wir erstmal zur Rune. Denn ich möchte gerne diese Beherrschung haben. Weil die ist nämlich ganz schön von Vorteil. Kommen wir da drüben hin? Natürlich nicht. Hüah! Alter! Hab ich mich jetzt erschrocken. Huh! Ha! Ich hab gedacht, ich fall runter. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier irgendwie auf den Balkon komme. Der hier war. Verdammt! Ich sag, wir starten Ihnen ein Besucher. Jaja. Ich hab keine Beweise. Die Ratten sind Beweis genug. Sind immer noch nur Ratten. Nur Ratten. Das. Miss auf die Knochen ab. Die kommen vom Kontinent. Ich hab ein Cousin. Ein Händler. Sehr schön. Die Rune haben wir. Sauber. Gehen wir nochmal eben schnell hier gucken. Aber das scheint auch nicht zu sein. So, die eine Rune war ja da oben, ne? Zwei Stück sogar. Die eine. Also die sind beide im Golden Cat drin. Ich möchte aber erst so einen Kunsthändler. Die Frage, wie komm ich jetzt von hier weg? Hm. Super. Ganz großes Kino. Äh. Nein. Verdammt. Wie komm ich jetzt hier hoch? Mist. Jetzt muss ich erstmal einen Weg finden, wie ich hier wieder rauskomme hier. Oder wegkomme hier. Ungesehen natürlich. Äh. Das hat ja gut funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Kante da noch mit zählt. So. Natürlich möchte ich da hin. Das heißt, ich könnte natürlich auch so rum gehen. Müssen wir mal schauen. Dass der uns nicht sieht, den würde ich mal ausschalten. So. Den wird schon keiner vermissen, der da am Balkon steht. Ach, die Rune liegt schon direkt hier. Ah, da kommen wir. Ah, verdammt. Ich will aber erst, wie gesagt, erst zum Kunsthändler. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Müssen wir jetzt mal gucken. So. Kunsthändler ist hier unten drin, ne? Lalalalala, du willst sie sehen. Aber da unten kommen wir gar nicht rein. Verdammt. Wie kommen wir denn zu dem Kunsthändler? Es ist wahrscheinlich doch im Golden Cat drin. Das heißt, dann können wir eigentlich auch das Modell betreten. So, dann wollen wir mal. Uh, ist das schick hier. Ich werde mal außen rum gehen. Na, wenn er nicht überall dran hängen bleiben würde. Alles ruhig. Wo ist Morgan hin? Unten im Keller. Im Dampfbad. Dort, wo er immer ist. Sie sind Zwillinge. Kannst du sich so auseinanderhalten? So mache ich das. Die Mädchen haben wohl andere Methoden. Ah, davon will ich nichts hören. Wo waren denn die... Arztin, die Pendleton sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich denke, du hast kaum etwas getrunken. Wach auf! Ah, die Rune ist genau hier vorne irgendwo. Der Kunsthändler ist da hinten. Gleich ist soweit. Soma Zeit. Ja. Verdammt. Wie kommen wir denn... Wir müssen zum Kunsthändler. Können wir da rüber? Ah, Tatsache. Ach, die Rune ist da unten drin. Verdammt. Da ist der Kunsthändler drin. Ich frage mich, wie wir da ungesehen hinkommen. Geht die Tür überhaupt offen? Oder kommen wir da auch von... Moment. Ne, warte mal. Strangers. Strangers. Oh. Hallo. Strangers in the night. Lalalalala. Ich würde gerne da raus, um zu gucken, ob wir vielleicht außenrum zum Kunsthändler kommen. Weil hier ist mir das echt zu gefährlich gerade. Huh. Ah. Lichtig einfach schlafen. Genau. So. Kommen wir... Ah, Moment. Da ist ein Balkon, ne? Verdammt, da kommen wir nicht rauf. Mist. Nein, 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 nein. Kommen wir da nicht rauf, verdammt? Mist, wie kommen wir denn da rauf? Psst. Battle Vader, ich grüße Sie. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und willkommen zum Dishonored Live LP. Ich würde gerne da oben raufkommen. Aber leider geht's ja anscheinend nicht. Oder? Mal gucken. Probieren wir es mal aus. Na, so, mal gucken. Was er jetzt sagt? Nein, das funktioniert anscheinend noch nicht. Das ist noch zu weit weg, verdammt. 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 Hallo, Pänkele. Grüß Sie. Willkommen zur Let's Play Live Show. So, ähm... Verdammt. Wie gehen wir denn weiter? Geh mal hier weiter. Okay. Hier geht's... Hier geht's anscheinend nicht weiter. Lalalalala... Lalalalala... Uah, hu, ha. Da unten steht auch noch einer. Tja, müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir den einen hier gleich gecached irgendwie. Steht der gerade hier? Ah, der kommt gerade. Das ist supi. Ja, komm, dreh dich um. Sollst du dich umdrehen. Und weil's so schön ist, oder so schön war, mit dieser schönen Aussicht, möchte ich mich verabschieden für heute. Für Dishonor vom Live-LPG, für dich auf YouTube, geht's ja sowieso in der nächsten Folge direkt weiter. Äh, aber für euch jetzt im Stream geht's jetzt weiter mit Soma. Hier, jetzt gleich um 22 Uhr. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Also, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.